Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Blattparty, zusammen mit der lederlackigen Ipanema und der busentragenden Bärtigen Nessa. Der busentragende Bärtigen Nessa. Ja, die habe ich mir angeschraubt. So, heute spielen wir Dominik loses every time. Ich hoffe, wir heißen nicht Dominik. Wir haben 22 Leben, das ist zumindest mal ganz ordentlich, glaube ich. Das heißt nichts Gutes. Wir starten einfach mal. Oh, Long wollte gerade noch was machen, das tut mir leid. Das war okay, ich habe mich schon gefreut. Oh, die Einstellung stimmt jetzt sogar. Ja, voll gut. Oha. Bestimmt voll gechillt, oder? Es sieht auf jeden Fall... Warum machen wir... Ah, nein! Ich bin direkt in Versus-Modus, voll drin, ey. Ich kann gar nicht anders. Oh Gott, ey! Oh shit! Nein! Ich habe meinen Hut verloren. Ich habe nur noch einen Arm, aber das muss irgendwie reichen. Ich habe einen Arm und ein Bein, aber ohne Fuß. Das ist auch weg. Jawoll! So, das kriegen wir so hin. Komm! Einmal unten drunter! Ah ja! Oh nein! Wie sind die schon wieder alle, ey? Ich weiß nicht, die Panik irgendwie... Oh je! Oh je! Wie ist denn die Panik da vorne gekommen? Wie macht man das jetzt hier am besten? Ja, ich glaube, ich glaube, man sollte sich von dem einen schlagen lassen nach vorne. Ich habe gerade versucht, aber das ging eher nicht so gut. Oh! Nein! Nein! Oh ja, ja! Oh! Nein! Oh Mann! Deshalb hat man anscheinend 22 Leben. Ja! Ich schaff das! Nein! Ich schaff's nicht! Ich schaff... Was soll das denn? Boah, die Stelle ist echt... Ich hätte gerne weniger Gliedmaßen, dann könnte ich mich da drunter durchprollen. Ja, ne? Okay, das hat wirklich funktioniert. Huh, was mache ich denn jetzt hier? Hä? Was ist mit mir los? Ah! Geht's halt hier! Hä? Was mache ich? Könnte ich den Kopf werfen vielleicht? Helft mir! Was soll ich tun? Ich bin der Mond! Au! Nein, ich so! Oh Gott! Du hast mich aber mitgenommen. Ist in Ordnung. Sehr gut. Oh, mit dem Kopf? Ja, mit dem Kopf geht's. Oh, Pana ist raus. Hä? Wie hast du das denn gemacht? Ach, du hast den Kopf... Ah, du hast den Kopf geschmissen. Nein, nicht so! Nein, nein, nein! Was mache ich denn? Oh Gott. Okay. Nein! Nein! Ich hoffe, es reicht auch mit dem Kopf hier oben. Bestimmt. Ja, bis ganz am Ende war ich jetzt noch nicht. Hier gäbe es Löffel. Das wäre schön. Nein! Nein! Also der Donner bekommt nie wieder in seinem Leben Löffel. Direkt vorm Checkpoint! Das darf doch nicht mal was sein! Nein! So, ähm, ich will nur sagen, ich hab's geschafft. Hm, zu eurer Information. Pana. Ja, schön für... Ich mag Pana nicht. Wieso springt der Kopf nicht so hoch? Gibt's da einen Trick? Der springt... Der springt nicht so, weil der körperfähig ist. Ja, ne? Aber der kann ja hoch springen. Ohhhh... Ich weiß es nicht. Oh! Moment, ich möchte eigentlich hier lang. So, ich geh extra zurück, um mir einen Löffel zu holen. Für Pan. So. Mit Anlauf. Dessert dich lass ich in Ruhe. Oh Gott! Aber die Pan muss jetzt kein Glauben. Jaaaa! 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 Okay, du hast deinen Spaß. Oh, scheiße. So, und rüber. Und... Oh, jetzt geht's hier nicht rüber! Ohhhh, da gab's keinen rüber. Da hinten, ne? Das ist echt... Aber ich... Nein! Ich glaube, ich hab hier die Idee. Oh, gar nicht schlecht. Ja, ne? Voll gut. Die Pan hat das raus. Da kann man, glaube ich, wieder drüber springen. Ach ja, genau dahin. Was macht der? Oder die... Ach, scheiße. Oh, das war's. Das war's mit der Pan. Das macht es. Okay. Ey, komm! Aber ich hab dir einen Trick gezeigt, ja? Hä, wieso bin ich bloß geworden? Ich hab gar nichts gemacht. Wartet der Long schon wieder? Das sieht schon wieder so aus, ob der Long wartet, dass er irgendwas da hat. Oh Gott. Was? Nein! Lass mich! Du lässt mich in Ruhe! Nein! So nicht, mein Freund! So haben wir nicht gewettet! Was ist das denn hier? Aua! Ich lass mich! Oh nein, das ist meiner! Gib mir das Ding! Messer, bist du noch da? Messer! Ja, Mann! Messer! Bist du noch da? Wieso kann ich jetzt wieder... Oh Gott! Das schießt einen weg! Ja! Ja! Mir fehlt dein Fuß! That's what happens! Aua! Wieso, explodiert das? So jetzt! Oh, das ist so ein bisschen Coop hier! Ich kann euch unten die Tür aufmachen! Das find ich nicht so gut! Ja, brauchen wir deine Hilfe oder kommen wir auch so hin? Nee! Ihr braucht die! Was war das denn? Nessa, wir arbeiten zusammen, ja! Ich dachte, die gibt bei mir mal jetzt explodiert! So! Ja! Schnell weiter! Oh nein! Oh Mist! Oh, wieso hab ich Respawn gemacht? Bin ich doof! Die Gewohnheit! Die Gewohnheit! Da unten müssen wir dann! Hier dann! Hm! Wo ist das andere Ding? Oh Gott! Nein! Ähm! Was? Nein! Ah! Na ja, mein Kopf lebt noch! Ah! Achso, okay! Das, genau das wollte ich! Ich wollte gerne als, als Kopfdarbeiter! Ja! Oh nein! Ja, äh... Scheiße! Ich lasse das Ding weg! Ich hab noch vier Lüge! Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Oh! Ja, die Leben nehmen so langsam aus! Ich bin als Kopf... Ich bin als Kopf unterwegs! Hä, wo ist denn das Ding hier? Hier ist gar keins! Hier ist aber eins! Oh Gott! Oh nein! Ah! Rein, rein, rein! Ich war... Oh nein! Nein! Ich war vorm Goal! Ich war vorm Goal! Ich bin vorm Goal runtergefallen! Ja! Vanessa! Ja! Unglaublich! Uäh! Nein! Oh Mann! Oh, das ist grad zu gut einfach, ja? Also... Ja, zugegeben... Ja, okay, das ist für Vanessa, glaub ich, echt mal gut! Das kleine Erfolgserlebnis jetzt! Also wenn ich werfe, kommt... Das Schicksal geplagt zuletzt! Das ist das... Das ist das... Also ich mein, ich werfe natürlich nicht, ne? Ähm, ich bin ja... Das ist immer Zufall! Probier's mal aus jetzt! Jetzt hast du die Möglichkeit! Oh Gott, hier komm ich jetzt noch rüber ohne Beine und so! Nein! Oh, schade! Oh, das tut mir echt so leid! Oh Mann! Ich hätt's dir so gegönnt! Oh! Äh, aber 22 Leben ist hierfür echt ein bisschen übertrieben, oder? Wie übertrieben? Ich hab fast keine mehr! Wie viele hast du denn noch? Ich? Ich hab 10! Höh! Ich hatte, glaub ich, noch 4! Ich bin gleich tot! Ich komm nicht ins Ziel! Doch, du schaffst das jetzt! Komm! Warte, stopp! Stopp! Bleib stehen! Die 4 sind... Du kannst... Du kannst zwischen den Hämmern kurz stehen bleiben! Damit... Damit du nicht so weit... Äh, so lang rennen musst! Ich fühl mich diesmal so beobachtet! Das ist total ungewohnt! Ach! Nein, was war ich denn?! Oh, jetzt gehst du ja wie hier, ey! Ich bin schon tot! Oh! Victory! Muss auch mal passieren! Ja, guck mal! Ich bin nämlich viel häufiger respawned! Ah, ja! Di-di! Di-di-di-din! Oh! Remember Hunts! Kommt jetzt! Karma! Karma und so! Remember Hunts! Hunts Entertainment! Also ganz zum Ende, das Spiel macht einfach so Spaß, ne? Ich klebe am Stuhl! Ja! Ich... Was? Ja, ich bin damit schon verwachsen! Safety first! Okay, wir müssen da hoch! Nein! Nein! Ähm... Einer muss die Tür aufmachen! Einer muss die Tür... Einer... Nessa! Einer muss die Tür aufmachen! Wie denn? So! Einer macht das klar! Hm! Was macht die denn da oben? Wie flieg ich denn mit dem Huhn? Was?! Boah! Nessa, du bist dran! Jetzt ist Nessa dran! Jetzt ist Nessa dran! Oh Schein! Oh Schein! Das kann nicht wahr sein! Sollen wir... Sollen wir Peace machen? Oh! Nein! Jetzt hat Nessa Angst vor dir, Long! Und merkst du das! Kommt man hier rüber? So! Kommt man da rüber! Nein! Boah, ich brauch unbedingt die Beine und alles! Vielleicht, wenn man sehr, sehr... Wenn man was? Wenn man sehr, sehr langen Anlauf nimmt! Also mit Beinen kommt man da rüber! Müsste man eigentlich! Oh, was mach ich denn? Oh, das Schwarz... Also das Rot und Schwarz... Also das Rechts schon schwierig, ne? Oh Gott! Wo bin ich denn? Huch! Nächster Checkpoint! Ihr müsst die Schwarzen... Nein! Nein! Oh Gott! Hä, wo bin ich? Konzentration, Leute! Das darf doch nicht wahr sein! Ich bin grad ein Try-Harder! Hä? Wo bin ich? Oh Mann! Wo muss ich denn hin? Sag mir mal bitte, wo ich... Den Berg! Den schwarz-roten Berg! Ach, ich hab... Ich hab den Checkpoint geschafft! Deshalb! Ich dachte die ganze Zeit... Hä, was ist das? Oh, toll! Jetzt bin ich umsonst hier durchgelaufen! Genau! Und jetzt... Genau! Ich dachte... Ich dachte die ganze Zeit, ich bin wieder am Anfang! Deswegen war ich so verwirrt! Wo muss ich durch? Wo muss ich lang? Sag mir doch Bescheid! Wow! Ah! Okay! Wo seid ihr? Das haben wir jetzt nicht kommen sehen! Das... Oh Scheiße! Okay, Long ist... Long ist mir auf der Spur! Nein! Was? 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 Was ist das denn? Was? Was ist das denn? Augen auf auf den Kopf! Was denn? Beste Szene! Wie geil war das denn? Ja, zum Glück nehme ich das auf! Wie kann man... Wie kann man nochmal... Ah ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, ich konnte mich grad an meinen Körper wieder attachen, aber mein Körper hatte einfach nichts! Was? Dass ich mich nicht mehr fortbewegen konnte! Das war sehr schön! Oh! Was ist passiert? Mein Kopf wurde grad über die halbe Map gescheuert! Nessa, bist du noch da? Oh nein! Ich hab schon wieder Respawn gedrückt! Ja! Ah! Hm! Ja, ich bin noch da! Upsa! Upsa! Nein! Ähm! Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Er wird immer unsympathischer hier! Unglaublich! Ich hab aber grad getryhardet, muss ich ehrlich gesagt sagen! Wie komm ich denn hier wieder hoch? Hä? 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 Wie geht's denn hier weiter? Ah! Oh Gott! Irgendjemand wirbt schon mit nem Stuhl! Japan! Ah! So, ich warte wieder auf die Nessa! Nein, nein, nein! Nicht reingehen! Okay! Vielleicht schaff ich's so sogar besser! Hier, Pan! Hier! Uh, das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Das sieht sehr gut aus! Nein! Oh, 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 oh! Wie kommt jetzt mit dem Kopf da hoch? Ich geh rein! Und jetzt stirbt! Nein! Wollt grad sagen! Und jetzt stirbt die Nessa! Eiei, was hast denn hier? Hä? Hä? Da war einfach jetzt grad so ein schwarzer Raum! Geh links, nicht rechts! Rechts ist schwieriger! Links kannst du sehen wann die, wann die... Oh! Oh! Das tat weh! Ähm, die leben oben, sind das die von Nessa? Ne, das sind deine, glaub ich! Okay! Bei mir steht 13! Wie viel steht bei dir? Äh, 10! Ja, dann sitzt deine... Ah, pass auf! Jo! Perfekt! Ja! Ah, dann hör doch mal auf zu werfen! Ich werfe doch gar nicht mehr! Yeah! Yeah! Never give up! Boah, ist halt easy go, ey! Da oben stand! Da mittlerweile voll die Pros in dem Spiel! Ja! Voll gekneckert auf die Tastatur! So! Was ist das nächste? Deathmatch of Joy kommt jetzt! Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben! Das geht aber so schnell! Gerade mal... Gerade mal 13 Minuten! Ja, wir sind so gut! Wir zischen hier durch alle Maps! Wir brauchen jetzt mal eine Herausforderung hier! Oh, 5 Leben! Das ist jetzt versus! Mann, warum hast du es gesagt mit der Herausforderung? Das ist jetzt mal... Das ist versus! Damit enden doch unsere Folgen immer! Weeeeee! Nein! Ich hätte nicht hier landen sollen! Ich bin ein Chainsaw Slaughter! Scheiße! Scheiße! Wie soll ich denn an den Luft bekommen? Was? Nein! Oh Gott! Oh Mist! So, das Ding hab ich noch gar nicht probiert hier! Oh! Was ist das denn? Na toll! So! Wo seid ihr? Ich warte auf euch! Ach, ein Messer! Ja, da kannst du lang warten! Na! Wie geht's? Wie steht's? Was? Nicht gut! Nicht gut! Oh Gott! Weg! Oh! Hallo! Ja, ich hab's verstanden, Nessa! Ich lauf! Da 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 da! Da rein! Oh nein! Nein! Oh oh! Push, wie? Drei Leben hab ich noch. Da oben drauf, da bin ich sicher, oder? Jaaa! Wie mies ist das? Bitte? Ich sehe dich! Mich? Nein! Ich werde dich umbringen! Und du wirst leiden! Und du wirst leiden! Oh ja! Du wirst leiden! Das sieht total komisch aus! Ja, definitiv! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Wo ist das Ding geflogen? Ich flieg nach oben in die Luft! Komm ich jetzt auch wieder runter? Ja, inklusive diesen Würfel! Oh, ich komm wieder runter! Oh oh oh! Oh oh oh! Warte, ich werf mich auf ihn drauf! Sehr geil! Werf mich auf ihn drauf! Nein! Nein! Ohne Hut! Schlecht! Ja, tschüss Long! So Nessa! Noch du und ich! Ich warte auf dich! Hallo! Hallo! Wie geht's so? Gut, was ist das? Jetzt spritzt die Nessa auf! Nein! Ich wäre auch gerade runtergefallen! Oh nein! So wie viele Leben hast du denn noch Nessa? 50! Das sollte sich dein Alter verraten! Nein! Du sollst sagen, wie viele Leben du noch hast! Jetzt keins mehr! Was? Okay! Boah, schon wieder die Pan! Ich bin runtergefallen! Oh Gott! Oh Gott! Wir müssen uns gegen Pan verbünden! Ey, du hast immer noch ein Leben? Ja! Was ist mit der Frau, ey? Unglaublich! Also nächste Runde, Nessa, ne? Ich hätte in ihrem Leben schon so viel getrafft, glaube ich! Zu viele Jump and Runs! Zu viele Jump and Runs! So! Okay! So! Wollen wir die Folge heute kürzer lassen? Wie lange ist die denn? 18 Minuten! Ich weiß nicht, was noch kommt! Ja komm! Das machen wir! Zeig mal das nächste! Das hier! Das ist eine Koop-Map und dann könnten wir in der nächsten Folge mit einer Koop-Map anfangen! So was Nettes! Nach dem ganzen Hate heute! Okay! Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder friedlich miteinander sind! Und macht's bis dahin gut! Warte mal, was brauche ich dafür? Was war das? Hier, so! Zum Abschluss dieser Folge! So! Wo war das denn jetzt hier nochmal? Tschüss ihr Penner! Tschüss! Also ich meine nicht euch, aber hier die beiden, ne? Ist klar! Tschüss! Auf Wiedersehen! So, genau! Ciao!